Jared Hawk, der Meisterdetektiv, das schöne Fräulein, Lienz in Band 2, 1. Nun, beruhige dich nur wieder, lächelte Jared Hawk aus seinem tiefen Vorteil heraus, indem er fast zur Gänze versank. Nur seine qualmende Pfeife machte ihn in der dämmerigen Beleuchtung des Zimmers bemerkbar. Dieser Vorschlag ist wahrlich Grund genug, sich aufzuregen, widersprach Harry Hastings und setzte seinen unruhigen Marsch durch das Zimmer fort. Inzwischen war es noch düsterer geworden. Die Nacht hatte das letzte Tageslicht verschluckt. Mit einem hastigen Schritt eilte Harry Hastings zu den beiden Fenstern und zog die breiten, schweren Vorhänge vor, dann knipste er das Licht an. Vergebens wartete er darauf, dass sein Freund endlich aus sich herausginge. Dein Fleckmer machte mich rasend, knurrte Harry. Doch Jared pafte unberührt an seiner Schäck. Erst als Harry sich aus der Schachtel am Schreibtisch eine neue Rockau angebrannt hatte, ließ sich der Meisterdetektiv mit gedämpfter Stimme, seiner üblichen Art zu sprechen, vernehmen. Nun las einmal hören, Harry, was du von der Angelegenheit hält, lächelte er sein leises Lächeln, aus dem man nie erkennen konnte, wie weit es freundliche Aufforderung und wie weit es Ironie war. Einfach genug, meinte Harry und unterbrach jetzt seinen Dauerlauf, sich auf die Kante des Schreibtisches setzend. Dr. Wang Hu lädt uns ein, uns an der Lösung dieser neuerlichen Opium-Schmuggler-Affäre zu beteiligen. Wie steht also die Kuse dann in Shanghai? Fragte Jared Hawk grinsend dazwischen. Wie gewöhnlich, wenn sich unsere Konkurrenz, die Kriminalpolizei, händeringend an uns wendet. Unter dem Vorwand der freundschaftlichen Zusammenarbeit, lächelte Jared Hawk. Natürlich stecken sie wieder einmal in einer Sackgasse und finden weder einen Anfang noch ein Ende, lachte jetzt Harry. Sie warten ja immer so lange, bis sich keiner mehr auskennt und gewiss hat diese Bande bereits eine Macht, die unserem guten Oberinspektor Wang Hu über den Kopf gewachsen ist. Aber Plötzlich hielt Harry ihn und blickte verwundert auf Jared Hawk. Dieser hatte, sich nicht weiter um ihn kümmend, einen Brief aus der Tasche gezogen und sich in dessen Inhalt versenkt. Was hast du da? Forschte Harry. Nichts Sonderliches, lächelte Jared ungewiss. Ein Brieflein, das zugleich mit dem Telegram unseres Freundes Wang Hu ankam. Nun, der Fall scheint dich ja sonderlich zu interessieren, wenn dir Verehrerbriefe wichtiger sind, meinte Harry bissig. Oder handelt es sich vielleicht um eine Verehrerin? Gerys Art konnte ihn leicht zur Raserei bringen. Statt sich um diese Opium-Affäre zu kümmern, machte er so, als seien ihm Shanghai, Wang Hu und sämtliche Rauschgiftbanden der Welt völlig uninteressant, dabei war aber Harry gewiss, dass Jerry bloß so tat. Das aber ärgerte ihn nur umso mehr. Er zerbrach sich den Kopf und wenn er dann selbst nicht mehr weiterfand, dann kam Jerry stets und löste alles mit einer spielenden Leichtigkeit. Darüber ärgerte sich Harry immer. So auch jetzt. Also. Langsam, langsam, Harry und Jerry Talk winkte den Ungeduldigen zu sich heran. Wenn du auf eine Verehrerin tippst, so magst du vielleicht recht haben, ganz genau weiß ich das selbst nicht. Gespannt trat Harry zu seinem Freund. Dieser hielt ihm jetzt das umstrittene Briefchen hin und forderte ihn auf. Lies selbst. »Herrn Jerry Talk persönlich«, buchstabierte Harry halblaut. Dann vertiefte er sich in die Zeilen des Schreibens. Das Rätsel liegt im Juan Macho-Abfahrt am 14. Juni, Lissabon. Zum Donnerwetter. Entfuhr es Harry. Was soll das nur bedeuten? Einfach genug, machte Jerry nun die überlegene Handbewegung Harrys von vorhin ein wenig spöttisch nach. Mach keine Witze, brummte dieser grimmig. Von wem kommt diese sonderbare Nachricht? Von einer Verehrerin doch, lachte Jerry laut über das komisch verblüffte Gesicht seines Freundes heraus. Du hast es ja vorhin selbst gesagt. Zum Teufel, sei einmal ernst, polterte Harry und zerdrückte den Rest seiner Zigarette mit einer ungeduldigen Bewegung im Aschenbecher. Jerry schob den Kaugummi in die andere Backe und grinste. Nun rate einmal, von wem diese sonderbare Nachricht, wie du es ja selbst nennst, kommt. Ach, was weiß ich. Zum Rätselraten bin ich jetzt nicht aufgelegt. Du weißt es natürlich schon wieder. Jetzt war Harry tatsächlich wütend geworden. Jerry lächelte unberührt. Es ist nicht nur eine Nachricht, auch nicht eine Aufklärung, wie du vielleicht annehmen wirst, es ist eine Dummheit, eine Aufforderung oder Einladung, wie du willst. Eine Einladung. Harry verzog ungläubig die Unterlupe. Ja, von der Bande selbst. Da wäre sie aber strafbar blöde, schüttelte Harry den Kopf. Vielleicht doch nicht, lieber Harry. So genau können wir das jetzt noch nicht feststellen, wandte Jerry ein, und die beiden tiefen Falten, die sich von seiner Nasenwurzel aufwärtszogen, zeigten an, dass er nun scharf zu denken begonnen hatte. Da liebte er es nicht, wenn man ihn störte. So drehte sich Harry aufseufzend um und zündete sich eine neue Zigarette an. Beide verharrten jetzt schweigend in tiefen Nachsinnen. Aber so sehr sich Harry auch bemühte, er fand keinen Zusammenhang von Wang Cho zu diesem sonderbaren Hinweis des Rätsels Lösung auf dem Juan Macho zu suchen. Nach einer geraumen Weile begann Jerry sich seine längst erkaltete Pfeife frisch zu stopfen. Er mochte nun mehr seiner Gedankenarbeit zu Ende sein. Nachdem er die Pfeife auch in Brand gesetzt hatte, ließ er sich endlich vernehmen. Also, wie kombinierst du, Harry? Ich finde alles absurd, was man mit diesem eigenartigen Brief in Zusammenhang bringen könnte. Nun, las hören, forderte Jerry seinen Freund und Schüler freundlich auf, während er sich selbst vollends dem Genuss des Rauchens hinzugeben schien. Die eine Möglichkeit wäre, begann Harry zögernd, dass sich in der Bande eine Unstimmigkeit ergeben hat, die nun einen von dieser zum Verräter, aus Rache oder sonst welchen Motiven, werden lässt. Ganz gut, nickte Jerry Talk. Und sonst noch? Vielleicht wollen sie uns in eine Falle locken, meinte Harry weiter. Wenn das Schiff tatsächlich der Schmugglerbande gehört, so könnte es auch sein, dass sie uns auf dieses Locken und während der Fahrt auf hoher See erledigen möchten. Hält du das für so ausgeschlossen? Jerry blickte durch einen schmalen Spalt seiner Augen schräg zu Harry hinauf. Dieser hatte diese Möglichkeit nämlich in ungläubiger Stimme gesagt. Nun zuckte Harry die Schultern. Eigentlich schon, denn dann müssten sie uns für Neulinge halten, wenn sie uns zumuten, dass wir ihnen in solch eine ungeschickt gestellte Falle laufen würden. Oder sie rechnen mit unserer Tollkühnheit, wandte Jerry mit zusammengekniffenen Augen ein. Diese ist ja bereits bekannt und berühmt. Auch möglich, aber so etwas dürften sie uns doch nicht zutrauen, beharrte Harry auf seinem Einspruch. Und wenn ich dir nun mitteile, dass wir morgen fahren. Was, du willst? Harrys Gesicht war mit ungläubiger Miene hochgefahren. Ja, ich will, nickte Jerry lässig und lächelte. Wieder undurchsichtig. Ich will am 14. Juni mit dem Juan Macho nach Shanghai fahren. Dann Gnade uns Gott. Harry machte ein Gesicht, als hätte er in eine Essiggurke gebissen. Du kannst aber auch hier bleiben und Urlaub machen, schlug Jerry beiläufig vor. Das ist doch wohl kaum dein Ernst, brauste Harry Heistings empört auf. Nun, ich dachte, du hast Angst, spöttelte Jerry Tock. Es ist ja eine Verrücktheit, die du davor hast, rügte Harry, aber du weißt ja, dass ich schon, als wir noch jungen waren, deiner Mutter versprochen habe, immer auf dich aufzupassen. Dass ich keine dummen Streiche mache, ich weiß, lachte Jerry Tock belustigt und fasste Harry freundschaftlich an der Schulter, während er aus seinem V-Toyle aufgestanden war. Na, dann pass eben auf mich auf. Ich werde jedenfalls nicht unterlassen, die Tapferkeits- und Lebensrettungsmedaille für dich zu beantragen, denn dein Heroismus. Jetzt hör aber auf, tat Harry erbost. Jerry stellte seinen gutmütigen Spott ein. Reich mir doch, bitte, einmal das Kursbuch her, bat er Harry und dieser gab ihm das Gewünschte vom Schreibtisch. Morgen, sechs Uhr früh, fliegt eine Maschine, konstatierte Jerry zufrieden. Da sind wir ja um einen vollen Tag zu früh dort, wandte Harry ein. Morgen ist doch erst der 13. Juni. Du weißt doch, mein Lieber, lächelte Jerry spöttisch, dass mir jedes Unternehmen glückt, dass ich an einem 13. beginne. Das war natürlich Unsinn mit diesem angeblichen Aberglauben, aber Harry musste sich damit zufrieden geben. Offenbar hatte er wieder einmal dumm gefragt, dann kamen diese boshaften Antworten gerießt. Welche Maske nehmen wir? Fragte Harry nun ablenkend. Wir bleiben das, was wir sind, erklärte ihm Jerry. Wir werden ja erwartet, da würden sie uns wohl auch in Verkleidung erkennen. Das kann ja heiter werden. Solch eine Marltei! Resonierte Harry bissig. In Wirklichkeit aber waren seine Bedenken längst einer erregten Begeisterung an diesem neuen, unerhört interessanten Fall gewichen. Zweite. Du tust ganz so, als wären wir nur zur Unterhaltung da, grollte Harry Hastings schon wieder, während er an der Seite Jerry Talks durch die vornehme Hotel Hallerschritt. Sie trugen beide elegante, weiße, leichte Sommeranzüge und hielten ihre Strohhüte in der Hand. Jerry paffte wie gewöhnlich seine Pfeife und es war leicht ersichtlich, dass jeder Mann hier über sie Bescheid wusste. Das bewiesen schon die neugierigen Blicke, die ihnen von überall folgten. Ist dir denn dein Beruf keine Unterhaltung? Lachte Jerry unbekümmert auf. Mir schon. Ehe der verblüffte Harry etwas zu erwidern vermochte, ließ ihn Jerry plötzlich stehen, um sich an einen der Hotelangestellten zu wenden. Sagen Sie, Senor, haben Sie bereits die Schiffskarten bestellt, wie ich sie ersuchte? Sehr wohl, mein Herr. Und eilig holte der Angesprochene aus einem Fach die beiden Karten herbei? Da ist noch ein Brief. Er wurde vor etwa einer Stunde für Sie abgegeben, Senor. Vielen Dank. Jerry Talk wandte sich schon zum Gehen, da drehte er sich noch einmal um und fragte interessiert den Angestellten. Können Sie mir vielleicht Bescheid sagen, was das überhaupt für ein Schiff ist, dieser Juan Macho? Mein Freund und ich haben uns nicht näher darum gekümmert, da wir es eilig haben und deshalb das nächstbeste Schiff nach Shanghai wählten, setzte Jerry Talk in seiner lässigen Art zur Erklärung hinzu. Es ist wohl eine portugiesische Linie, nehme ich an? Nein, Senor, berichtete der Angestellte eifrig. Es ist eine südamerikanische Schifffahrtsgesellschaft. Der ständige Hafen des Juan Macho ist Buenos Aires. Ein Argentinier also, verwunderte sich Jerry Talk. Ja, Senor. Es ist eine Handelsgesellschaft, deren Schiffe auch mit beschränkten Personenkabinen versehen sind. Wie viele hat denn der Juan Macho? Wollte Jerry nun wissen. Ich glaube nur vier, erklärte der junge Mann und wollte bereits dienstbeflössend zum Telefon eilen, um sich bei einem Schifffahrtsbüro diesbezüglich zu erkundigen. Ach danke, das genügt, winkte Jerry Talk ab und wandte sich zum Gehen. Als er Harry erreichte, gewahrte er dessen gespannten Ausdruck der auf den Brief in seiner rechten gerichteten Augen. Doch völlig desinteressiert steckte Jerry diesen zu sich. Was war das? Wollte Harry wissen. Jerry zuckte die Schulter. Eine Nachricht von einer kleinen Verehrerin. Dann sprachen sie nichts mehr darüber, da Harry aus seiner Antwort entnahm, dass Jerry nicht darüber zu sprechen wünschte. Erst als sie später in einem der großen Kaffeegärten saßen, die sich an der Hafenpromenade befinden, öffnete Jerry Talk das Schreiben. Grinsen schob er es dann Harry zu. Heute 10 Uhr nachts im Trokaderow? Keine weitere Zeile der Erklärung stand dabei. Gehen wir hin. Natürlich, nickte Jerry. Punkt 10 betraten sie die bekannte Bar, die größte Lissabons. Obwohl es noch früh war für solch ein Nachtlokal, herrschte hier bereits ein reger Betrieb. Unschlüssig blieben Jerry und Harry für eine Sekunde, nachdem sie die breite Doppeltür hinter sich zu fallen gelassen hatten, stehen. Der größte der vier Säle lag zu ihren Füssen. Über Stufen betrat man von hier aus die Tanzfläche, während sich zwei Reihen vonlogen, und zwar eine Balkonartige in Höhe der Eingangstür, und eine unter dieser gelegene, in weitem Rechteck erstreckten. Gerade in diesem Augenblick, da sich Jerry Talk wieder in Bewegung setzen wollte, fühlte er eine zarte Hand seinen Arm berühren. Ohne das geringste Zeichen der Verwunderung blickte er sich um und gewahrte eine zierliche, ihm kaum bis an die Schulter reichende Asiatin. Ihr schmales, bräunlich-gelbes Antlitz war von einer dicken Schicht Schminke verdeckt und die schrägen Augenbrauen mit breiten, schwarzen Strichen nachgezogen. Jetzt öffnete sie den lächelnden Mund, der eine weiß blitzende Reihe von perlenhaft schimmernden Zähnen freilies. Jerry Talk war unbeweglich stehen geblieben und wartete, da es die Unbekannte zu reden beginnen würde. Dieser blieb jedoch stumm. Ihre breiten, roten Lippen, mit einem unendlich zart gezeichneten Rindchen von der kleinen Nase zur Oberlippe puppenhaft gezeichnet, schlossen sich wieder. Nur das Lächeln kräuselte sich noch immer wie eine nicht vergehende Maske um ihre Lippen. Mit einer einzigen, kurzen Kopfbewegung lud sie Jerry Talk und auch Harry, den ihre schwarzen, funkelnden Augensterne kurzstreiften, ein, ihr zu folgen. Während sie nun voranschritt, hing Harrys Blick bewundernd an dem seidig glänzenden, bläulich schimmernden Schwarzhaar der Chinesin, die dieses zu einem Zopf im Nacken zusammengebunden hatte. Jerry und Harry warfen sich einen einzigen Blick zu und folgten der Frau wortlos. Das Abenteuer hatte begonnen. Sie schritten durch den schmalen Gang, der hinter den oberen Logen füllte, und gelangten über eine kleine Treppe in den nächsten Raum. Dieser war mit roten, versteckt angebrachten Lampen nur spärlich beleuchtet. Entlang den Wänden waren, in diese eingelassen, zahlreiche Logen, von schimmernden Glasketten nach außen verdeckt. Nur gedämpft klang die Musik aus dem Tanzsaal herüber. Eine fast lautlose Stille herrschte hier, nur ab und zu vom scherenden Lachen einer Frauensperson grell gestört. Das hier herrschende Publikum schien nicht das Beste zu sein. Mit gleichbleibenden, ruhigen Schritten ging die Chinesin vor ihnen her. Vor der letzten Lose hielt sie kurz und wandte sich zum ersten Mal um. Harry versucht umsonst, im Antlitz der Asiaten zu lesen, welche Gedanken deren Gehirn bewegten. Ein steinendes, krampfhaftes Lächeln hielt ihre Lippen in derselben Verzerrung, mit der diese sie begrüßt hatte. Der Glas vorhang klirte leise und erzeugte einen singenden Ton, als das Mädchen ihn zur Seite schob. Hinter ihr traten Jerry und Harry in die Lusche. Verwundert verhielt Harry kurz den Schritt. Er hatte angenommen, hier jemanden vorzufinden, aber die kleine Höhle war ja. Sein Blick irrte so hin zu Jerry hinüber. Ob es diesem wohl auch so ginge? Dessen Gesicht aber blieb unbeweglich. Keiner seiner Gedanken war aus dessen Miene zu ersehen. Irgendwie hatte er fast das gleiche maskenhaft starre Lächeln um den Lippen wie das schlanke Chinesen-Weib. Sie wandte sich nun zu ihrer Begleitung um und machte eine einladende Bewegung. Die Starrheit war aus ihrem Lächeln wieder gewichen, und dieses wirkte nun so wie vorhin, herzlich und aufrichtig. Harry wollte eine Sekunde lang warten, bis sie sich niedergelassen habe, dann folgte er jedoch schnell dem Beispiel Gerys, der sich ohne Zaudern auf eine der breiten, seidenen Ruhebänke gesetzt hatte. Erst als die Männer saßen, setzte sich auch die Frau, ihrem durch die strenge Erziehung eingeprägten Zeremoniell folgend. Im Osten ist der Mann der Herr, die Frau nur die Sklavin. Selbst diese Frau, hier in Europa, vermochte diesen Gedankengang nicht aus ihrem Blut zu verdrängen, wie man sah. Für sie mochte es schon eine unerhörte Neuordnung sein, mit Männern an einem Tisch sitzen zu dürfen. Jerry Talk hatte sich mit schnellem Griff mehrere Kissen zu einer Rückenlehne zusammengehäuft und ließ sich nun auf diese zurückleiten. Ungeniert zog er seine Pfeife hervor und zündete diese wortlos an. Ihm gegenüber saß Harry und die Chinesin rechts von ihm auf der Querbank im Hintergrund der Höhle. Noch hatten sie kein Wort zusammengesprochen. Plötzlich klirrte leise wieder der Vorhang. Während Jerry mit gelangweiltem Gesicht lässig in seiner Stellung verharrte, ohne auch nur die geringste Neugier zu zeigen, wer da eben eintrat, brachte Harry diese stoische Ruhe nicht über sich. Aus dem Winkel seiner Augen blickte er schnell in diese Richtung. Ein gepäutiger, bezopfter Busche, offenbar ein Landsmann des Mädchens, trat mit Katzen gleichen, lautlosen Füßen näher und stellte eine Flasche im Eiskübel auf das niedere Tischchen vor ihnen. Nachdem er die Gläser ebenso schnell und lautlos gefüllt hatte, verschwand der Kellner wieder. Noch warteten sie alle drei schweigend, bis nach Minuten das Mädchen mit einem fremdländischen Akzent zu sprechen begann. Ihre Stimme klang wie der Sing-Sang eines fernen, zauberhaften Paradies-Vogels. Ich wusste, dass sie kommen würden, Jerry Talk. Sie sprach zu diesem gewendet und schien Harry nicht im Geringsten zu beachten. Jerry rauchte ruhig weiter. Erst nachdem er genussvoll den Rauch aus seinem Mund gestoßen hatte, erwiderte er in seiner leisen Art. Sie haben großes Vertrauen in mich, Fräulein. Lienz-In, lächelte sie, als seine Stimme stockend nach ihrem Namen zu forschen schien. Sie haben Vertrauen zu mir, mein liebliches Fräulein Lienz-In, lächelte Jerry Talk aus schmalen Liedern hervor. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann, lächelte ihre Maske zurück. Ich will dies gerne tun. Jerry machte eine vollendete Verbeugung. Ihre Schönheit bezaubert mich, setzte er mit feinem Lächeln und Empot sie in der linken Brau hinzu. Aber vorerst müssen Sie mir erklären, Lienz-In, wie ich Ihnen zu helfen vermag. Mit leise singender Stimme begann sie zu erzählen. Mein Vater ist einer der größten Opiumhändler Chinas, sie zögerte, doch dann fuhr sie fort. Er hat mit einer Schmugglerbande zusammengearbeitet, die Dr. Wang Hu jetzt sucht. Wieder zögerte sie kurz, ehe sie weitersprach. Mein Vater hat vor kurzem auf meine inständigen Bitten mit dieser Verbrecherbande gebrochen und war ernstlich gewillt, seinen unreellen Beruf aufzugeben. Aber die Gangster wollten ihn zwingen, ihnen weiterhin Opium zu liefern. Und? Fragte Harry Heistings gespannt, als sie jetzt plötzlich abbrach. Jerry Talk warf ihm ob seiner Zudrinnlichkeit einen warnenden Blick zu. Der Chinesin sickerten zwei Tränen aus den schwarzen, langen Wimpern. Seit vier Tagen ist mein Vater spurlos verschwunden. Ich befinde mich soeben auf einer Europareise, da erhielt ich diese Nachricht. Und er brieft mit der Mitteilung, das Rätsel liege im Juan Macho, begründet. Fragte jetzt Jerry Talk. Ich glaubte, dass sie sonst nicht kommen würden. Das Mädchen senkte seine Augen, als fürchte es einen straffenden Blick des Detektivs. Gerys Hand tastete nach der des Mädchens. Linsin, verlassen sie sich auf mich und meinen Freund, er wies mit den Augen zu Harry hinüber. Wir bringen ihn ihren Vater wieder. Was wissen sie uns über die Schmugglerbande zu berichten? Vorstellte Jerry Talk dann. Ich kenne mehrere der Gangster persönlich, nickte die Asiatin eifrig. Leider aber keinen einzigen Namen. Das würde uns auch nicht viel helfen, lächelte Jerry Talk, denn diese Schurken haben hundert und nicht einen Namen. Aber wenn sie die Banditen vor sich haben, werden sie diese erkennen. Gewies, beteuerte Linsin. Aufatmend richtete sich Jerry Talk aus seiner ruhenden Stellung Empor und griff in die Tasche. Seine Pfeife war längst ausgegangen. Er holte eine Schachtel Trocao, diese beste chinesische Zigaretten-Sorte, hervor und reichte diese anbietende Mädchen hin. Dieses tat eine schnelle Handbewegung, dann aber zog sie ihre Hand, die sie nur für Sekunden entblößt hatte, wieder zögernd zurück und verbarg sie wie vorher, vor der Brust gekreuzt, im weiten Ärmel ihres seidenen Kimonos. Jerry Talk sah sie verwundert an und fragte, Rauchen Sie nicht? Linsin schüttelte verneinend den Kopf. Dann will ich ihm etwas anderes anbieten, lächelte Jerry Talk und hielt dem Mädchen ein kleines Schächtelchen mit Kaugummi hin. Da griff sie ohne zu zögern zu und schob einen zwischen die Lippen. Eine kleine Enttäuschung muss ich Ihnen allerdings bereiten, Linsin. Jerry Talk hatte seine Augen bewundernd in die des Mädchens versenkt. Als er jetzt aufblichte, streifte er Harry für den Bruchteil einer Sekunde. Dieser hatte den bedeutsamen Funken in Geriessblicken nicht übersehen. Sie waren dazu viel zu gut aufeinander eingespielt. Nur mein Freund wird sie morgen auf ihrer Fahrt mit dem Juan Macho, begleiten, schöne Linsin, so leid es mir tut. Er warf ihr einen sehnsüchtigen, verzichtenden Blick zu. Es wäre zu himmlisch gewesen, mit dir, schönste Blume des Ostens, viele Tage beisammen sein zu dürfen. Jerry hatte den letzten Satz in Chinesisch gesagt. Selbst von dieser schwersten Sprache der Welt beherrschte er einen nicht unbedeutenden Wortschatz. Aber leider habe ich vorher noch eine unumgänglich wichtige Angelegenheit hier in Ordnung zu bringen. So sehr sich das Mädchen auch zu beherrschen verstand, diese ungeahnte Mitteilung bewältigte selbst ihr maskenhaftes Gesicht nicht zur Gänze. Einen winzigen Augenblick huschte die maßlose Enttäuschung über ihr Antlitz. Beruhigend griff Jerry Talk nach ihrer Hand. Aber hab, keine Sorge, kleine Linsin, lächelte Jerry Talk. Sobald ich hier mit meiner Angelegenheit zu Ende bin, fliege ich nach Shanghai und erwarte den Juan Macho, am Kai. Seine Augen blitzten sie verheißungsvoll an, während seine Lippen flüsterten. Und dann holen wir die Stunden nach, die uns nun verloren gehen, Linsin. Dritte. Als die Tür hinter Harry Heistings zu fiel, atmete Jerry Talk erleichtert auf. Einmal seufzte er kurz, dann lächelte er still vor sich hin. Zum Teufel! Brummte er leise. Das war keine leichte Arbeit gewesen. Und es war tatsächlich nicht einfach geworden, den Freund mit der bloßen Erklärung abzufertigen, er, Jerry, habe eine Nachricht erhalten und könne daher nicht mit dem Schiff reisen. Verlieb dich nicht zu sehr in die schöne Linsin, hatte er noch mit einem versteckten Lächeln den Freund gewarnt. Und halte die Augen offen. Wenn du klug bist, vielleicht hast du diesen Fall schon gelöst, wenn wir uns in Shanghai am Hafen wiedersehen. Noch war Harry Heistings kaum eine halbe Stunde weg, schritt ein völlig Unbekannter aus dem Hotelzimmer, das Jerry mit seinem Freund bewohnte. Ein eleganter Portugiese mit einem schmalen, schwarzen Bärtchen auf der breiten Oberlippe und ebenso kohlschwarzem Lockenhaar. Seine grauen Augen blitzten auffordernd in jedes hübsche Frauengesicht. Jerry Talk schlenderte wie ein Müßiggänger dahin. Plötzlich verschwand er in einem großen, quadratischen Gebäude, dem Hauptsitz der portugiesischen Staatspolizei. Nach einer langen Zeit erst betrat er wieder die Straße. Ein befriedigtes Lächeln spielte um seinen Mund. Er winkte einem Taxi und befahl dem Chauffeur, ihn zum Hafen zu fahren. Gemächlich spazierte er dann der Stelle zu, an welcher das Schiff Juan Macho vor Anker lag. In zwei Stunden sollte der Dampfer die Fahrt antreten. Ohne sich den Landeplanken zu sehr zu nähern, hielt sich Jerry Talk in eine Entfernung, aus der er den Passagiersteggut übersehen konnte. Er selbst hatte sich hinter einem kleinen Berg von Lastgut versteckt. Schon seit längerer Zeit verharrte er nun auf seinem Posten und nickte befriedigt, als er einige Zivilisten, in denen sein kundiges Auge sofort die Kriminalpolizisten erkannte, sämtliche Verbindungsstege zum Schiff unauffällig blockierten. Und dann begannen sie plötzlich die das Schiff betretenden Personen zu kontrollieren. Auf dem Juan Macho schien eine große Erregung entstanden zu sein, denn Jerry bemerkte Matrosen in Haufen beisammen stehen und heftig gestikulieren. Das Schiff selbst durfte keiner mehr verlassen, wie Jerry Talk ebenfalls befriedigt feststellte. Zwei Männer, die völlig ahnungslos mit einem Taxi vorgefahren waren, wurden verhaftet. Weshalb konnte Jerry Talk auf diese Entfernung natürlich nicht feststellen. Einmal erschien der schmale Kopf Lienzins an der Reling. Sie schien jemanden zu suchen. Dann verschwand sie wieder. Jerry Talk glaubte jedoch eine enttäuschte Miene zu entnehmen. Aber die Entfernung war sehr groß, da konnte er sich auch täuschen. Auf die Minute genau löste sich das Chef vom Pier. Irgendwie mochte man den Eindruck gewinnen, dass die Besatzung froh sei, dass sich das Meer zwischen sie und das Land schob. Die weite, weiße Sandfläche endigte geradezu brüsk und ging in ein grünes, palmenbedecktes, fruchtbares Gebiet über. Obwohl Jerry Talk diesen Anblick zumindest schon 30 oder 40 Mal erlebt hatte, starrte er wie fasziniert auch dieses Mal aus der brummenden Maschine, die sich nun langsam aus ihrer Höhe niederschraubte, hinunter. Jetzt, da das Mündungsdelta des Nil unter ihnen aufgetaucht war, konnten sie nicht mehr weit von Alexandrien sein. Und tatsächlich, jetzt hatte der suchende Blick Jerry Talks die Stadt ersperrt. Ein weiß schimmerndes Steinmeer, das helle Sonnenlicht grell reflektierend, begann sich plötzlich zwischen dem Grün und den vielen Flussarmen des Deltas auszubreiten. Das Flugzeug raste nun auf das breite Flugfeld zu zwei, drei letzte Kreise, dann setzte es auf. Leise federnd rollte die Maschine aus. Eine Stunde auf Enthalt, teilte der Steward den Passagieren mit. Jerry Talk wollte diese benutzen, um sich die Füße ein wenig zu vertreten. Gerade als er die Leiter hinabgestiegen war, bemerkte er, wie sich drei neue Reisegenossen näherten. Träger folgten ihnen mit ihrem Gepäck. Einigermaßen verwundert stellte Jerry Talk fest, da es auch ein Schlitzäugiger unter den neuen Passagieren war. Also Chinese oder Japaner, murmelte Jerry Talk unhörbar vor sich hin. Und dann glaubte er plötzlich, diesen Asiaten irgendwo gesehen zu haben. Schon wollte er den Gedanken als unsinnig von sich schütteln. Dann aber folgte er nur altgewohnten, so oft schon bewährten Methode. Er schloss die Augen und begann zu kombinieren. Dann eilte er ins Flugbüro und benutzte das Telefon. Nach wenigen Minuten war er sich im Klaren, dass es keine Einbildung gewesen war vorhin. Der Juan Macho hatte heute früh Alexandrien verlassen. Kein Wunder, dass das Schiff schon da war, da Jerry Talk in Lissabon noch drei Tage festgehalten worden war. Also dieser Asiate gehörte zu der Besatzung des Schiffes und jetzt erinnerte sich Jerry Talk plötzlich ganz genau, dass er denselben damals bei der Abfahrt des Schiffes in Lissabon aus seinem Verstecker vor einmal kurz an der Reling gesehen hatte. Das war ihm damals nur deshalb aufgefallen, weil dieser Asiate mit den übrigen kommandiert hatte. Offenbar war er nicht ein gewöhnliches Mitglied der Besatzung. Als Jerry Talk nach einer Dreiviertelstunde die Maschine wieder erkletterte, fand er zu seiner großen Überraschung den Chinesen neben sich sitzen. Es war einer der wenigen Plätze, die noch unbesetzt gewesen waren. Jerry Talk lächelte ihm grüßend zu. Der Chinese machte eine würdige Verbeugung. Später stellte man sich vor. Der Chinese als Huang Wing, Vertreter einer Industriefirma, Jerry Talk als Mr. Mington, Großindustrieller. Nach einem längeren Gespräch waren Jerry Talk und Huang Wing, so wie auch die anderen Passagiere, verstummt. Die Nacht war hereingebrochen und der große Vogel verfolgte brummend seinen vorgeschriebenen Kurs. Der Chinese Huang Wing war eingenickt. Sein Kopf war ihm tief auf die Brust herabgesunken. Sein Zopf hatte sich über die rechte Schulter geschoben und baumelte jetzt irgendwo hin ins Leere. Mit schmalen Augen blickte Jerry Talk auf seinen Nachbar. Zwischen ihm und dem Chinesen stand dessen Aktentasche. Es war eine helle Ledertasche, die mit Papieren und Schriftstücken angefüllt schien. Jerry Talk schloss jetzt auch die Augen. Aber nicht zum Schlaf. Angespannt gingen seine Gedanken den Weg zurück und nach vorn. Wieso kam dieser Huang Wing auf den Juan Macho, gerade dasselbe Schiff, auf dem Lienzin, die Tochter des? Und warum hatte Huang Wing hier in Alexandrien den Juan Macho verlassen und reiste mit dem Flugzeug weiter? Der Chinese begann nun zwischen seinen langen, tiefen Atemzügen leise zu schnarchen. Er schien tief eingeschlafen zu sein. Noch einmal blickte Jerry Talk auf den Schläfer. Dessen Gesicht war schlaf wie das eines Toten. Es war das Muskelentspannen des Todes oder des tiefen Schlafes. Jerry Talk lächelte leise und zog mit fast unmerklicher Bewegung die Tasche zu sich heran. Keinen Augenblick ließ er den Schlafenden aus den Augen. Ganz vorsichtig tastete Jerry Talk nach dem Schloss und drückte darauf. Die Tasche sprang auf. Sie war unversperrt gewesen. Mit beherrschten, ruhigen Griffen zog Jerry Talk die Papiere hervor. Um sie zu lesen war es zu finster. Die Beleuchtung neben seinem Sitz durfte er jedoch nicht anknipsen, um den schlafenden Huang Wing nicht zu wecken. Vorsichtig holte Jerry Talk seine kleine Stablampe aus der Tasche und blendete sie ab. Dann machte er Licht und begann in fliegender Hast die Papiere zu durchblättern. Aber enttäuscht wollte er sie schon wieder in die Tasche zurückschieben. Es war durchwegs uninteressante Geschäftskorrespondenz. Da fiel sein Blick auf ein kleines Zettelchen, das er bisher übersehen hatte. Es waren Namen und Adressen darauf vermerkt. Bei näherem Hinsehen erkannte Jerry Talk in ihnen drei Asiatische und einen Engländer oder Amerikaner, wie er aus dem Namen des Weißen Schloss. Jerry Talk schrieb sich schnell die vielleicht wichtigen Dinge auf. Der erste Name lautete, Mr. John Collings. Aha, ein Amerikaner, stellte Jerry Talk jetzt bei sich fest, das hatte er vorhin in der Schnelligkeit übersehen. Die Asiaten hießen, Linz in, komischerweise ohne Adressenangabe, und Huang Wing, und als letzter Binghun. Eben als Jerry Talk die letzte Zeile in jagender Hast schrieb, begann der Schläfer unruhiger zu atmen. Jerry Talk knüpste seine Taschenlampe ab und stellte die Akzentasche, nachdem er die Papiere wieder hineingeben und jene verschlossen hatte, wieder an ihren Platz zurück. 4. Der Rikscha Kuli bremste mitten in seinem schnellen Trab. Sie erhielten vor einem einstöckigen Haus in der Altstadt Schanghais. Mit einem Satz war Jerry Talk aus dem schwankenden Gefährt und warf dem Kuli einen Geldschein hin. Dann ging er auf die hohe, schmale Haustür zu, auf der das Schild prangte, Binghun, Spirituosen engross. Unter dem mit großen Lettern geschriebenen Schild starrte ihm ein züngelnder Drachenkopf drohend entgegen, unter dessen breiten Flügeln eine Klappvorrichtung angebracht war, die man als Klopfer benützte. Ohne zu zögern griff jetzt Jerry Talk nach diesem und schlug mehrmals laut gegen das Haustor. Dumm verhalten seine Schläge. Schon wollte er neuerdings das sonderbare Gerät benutzen, da vernahm er Schritte, die leise schlürfend näher kamen. Irgendein verstecktes Guckloch wurde zurückgeschoben. Dann öffnete sich das Tor einen Spalt breit, gerade das er genügte, um dem hässlichen, alten Chinesen Schädel Platz zu gewähren, um zahnlos heraus zu grinsen. Jerry Talk wollte eben etwas sagen, da zog der Alte das Tor ganz auf und verneigte sich tief. Erstaunt über diesen plötzlichen Gesinnungswechsel trat Jerry Talk näher. Der Alte verburgte sich nochmals und murmelte dann etwas vor sich hin, das Jerry Talk nicht verstand. Aber er folgte dem Fördner, der ihn mit ewig gleichbleibendem Grinsen und seinem leisen, monotonen Gemurmel weiterführte. Das Haus war ihnen, ganz gegen sein Äußeres und die dadurch entstandenen Vermutungen, selbst für vornehmlich chinesische Begriffe geradezu komfortabel eingerichtet. Aber so sehr sich Jerry Talk auch mühte, ein menschliches Wesen zu entdecken, nirgends war eines zu sehen. Der Alte Chinese watschelte, noch immer leise murmelnd, vor ihm her und sein Zopf schwankte komisch bommelnd über seinen Rücken. Eben als Jerry Talk stehen bleiben wollte, um aus dem Alten ein vernünftiges Wort herauszubringen, stieß dieser eine Tür vor ihnen auf. Jerry Talk betrat den Raum. Ohne ein Wort zu sagen, schloss der Alte hinter ihm wieder die Tür und war lautlos verschwunden. Neugierig musterte Jerry Talk das mit vielen Polstern, Teppichen und kunstvollem Schnittswerk ausgestattete Zimmer. Und als sich noch immer niemand zeigen wollte, ließ sich Jerry ungeniert auf einem breiten Divan sinken. Doch im selben Augenblick wurde ihm ganz seltsam zumute. Noch je er der Ursache gewahr wurde, empfand er instinktiv, dass ein fremder Wille Macht über ihn zu gewinnen begann. Jerry Talk biss die Zähne zusammen und mühte sich krampfhaft, Herr seiner Sinne zu bleiben. Es ging darum, die Konzentrationsfähigkeit des eigenen Willens gegen die mystische Gewalt eines anderen zu behaupten. Ein Kampf, der Jerry Talk in seiner Willensanstrengung den Schweiß auf die Stirne trieb, nicht anders, als sei es ein körperliches Ringen. Und dann hatte er diesen anderen plötzlich vor sich. Jerry Talk hatte den Chinesern nicht eintreten gehört. Wie aus dem Boden gewachsen stand der Asiate unvermittelt vor ihm. Sie besuchen mich, Bing Hun, um einen Anfang gegen unsere Bruderschaft zu finden, lächelte Bing Hun verbindlich und verneigte sich tief. Keine Sekunde jedoch vermochte seine lächelnde Fratze Jerry Talk über den wirklichen Sinn seiner Worte im Unklaren zu lassen. Ihre Drohung lag in den stechenden Augen des Asiaten, die ihn heimtückisch anblitzten. Jerry Talk, Sie sind nicht unbedeutend. Sie besitzen einen starken Willen, aber sie sind uns doch in die gestellte Falle gelaufen. Das Lächeln Bing Huns blieb sich vollkommen gleich, obwohl er mit diesen Worten seinem Besucher bereits das Todesurteil sprach. Wenn er seine Karten so aufdeckte, wie der Chinese es jetzt tat, musste sich die Bande vollkommen her der Situation fühlen. Jerry Talk war es nur einen Augenblick heiß durch den Körper gefahren. Jetzt blickte er den Tatsachen völlig gefasst und mit fast unheimlicher Ruhe entgegen. Also man wusste hier, wer er war. Wieso, das blieb vorerst allerdings noch ein ungeklärtes Rätsel. Er hatte mit keinem Menschen seit seiner gestrigen Ankunft in Shanghai gesprochen, außer mit den Hotelbediensteten, und hatte heute mit der Adresse dieses Bing Huns eine Aktion begonnen, um eine Fährte zum Haupt dieser Rauschgiftbande zu finden. Ob er dabei vielleicht, ohne es zu wissen, gleich in die Höhle des Löwen getaumelt war? Ob dieser Bing Hun vielleicht das Haupt dieser Opiumbande darstellte? Es sah fast so aus. Auf jeden Fall ging es hier um Leben oder Tod, da gab es keinen Zweifel. Neuerdings wollte es Jerry Talk wie ein Schlaf befallen. Verzweifelt kämpfte er gegen die übermenschliche Gewalt an, die ihm die letzte Kraft und das Bewusstsein rauben wollte. Er durfte sich nicht dieser fast wahnsinnigen Sucht zu schlafen überlassen. Jeder andere wäre dieser heimtückischen ostischen Psychose zum Opfer gefallen. Jerry Talk aber hatte nicht umsonst seine täglichen Willensübungen trainiert. Er war nur zu gut bekannt mit dieser gefährlichsten Methode Asiens. Er biss sich die Lippen blutig und konzentrierte sich auf einen ganz bestimmten Punkt seiner eigenen Person. Trotzig ballte er die Fäuste und starrte den Chinesen wie gebannt an. Dann, er wusste nicht, wie lange dies gedauert hatte, errang er doch den Sieg über sich selbst. Seine volle Willenskraft und Bewegungsfreiheit kehrten zurück. Bing-Hun verzog seinen Mund spöttisch. Sie sind doch stärker, als ich gedacht habe. Aber daß er glaubte, ich schliefe, bricht ihm nun doch das Genick, lachte jemand höhnisch aus dem Hintergrund. Jerry Talk fuhr herum. Diese Stimme hatte hinter ihm aufgeklungen. Er stand, aug in aug fast, so nahe, Huang Wing gegenüber, der durch eine versteckte Tapetentür eingetreten sein musste. Das war eine fein abgekaterte Sache, fuhr es Jerry Talk blitzartig durch den Kopf. Wie sollte er nur aus dieser Falle mit heiler Haut wieder hinauskommen? Es war kein Zweifel, daß ihn die Schurken hier kaltblütig umbringen würden und daß gewies das ganze Haus von ihnen vollsteckte, sonst hätten sich diese zwei hier nicht so sicher gefühlt, ihm gegenüber. Ich kenne dich gut, Jerry Talk, grinste Huang Wing höhnisch. Und habe mich ordentlich gefreut, als ich dich so überraschend in Alexandrien traf. So brauchte ich nicht erst unsere Bruderschaft lange vor dir zu warnen, sondern praktizierte dir gleich die Adresse in deine kluge Hand, wohin ich dich gerne haben wollte. Der Asiate verzog sein Gesicht zu einer teuflischen Fratze und gröllte ein wahrhaft grauenhaftes Lachen. Aber Jerry Talk hatte sich nun vollkommen in der Hand. Hier haf nur Ruhe und dann im entscheidenden Augenblick zugreifendes Handeln. Vorerst wollte er versuchen, ob er den Kerlen nicht noch ihr Geheimnis entlocken konnte. Bruderschaft nennt ihr eure Gangsterbande? Höhnte Jerry Talk. Saubere Bruderschaft, das kann man schon sagen. Und wer ist denn da der Häuptling? Wo du, Bing-Hun? Das möchtest du gerne wissen, grinste dieser Hund voll zurück. Ich könnte es dir ja sagen, denn noch heute Nacht fressen die Haie deinen Kadaver und Tote halten ihren Mund. Höhnte er mit abscheulich verzogenem Mund weiter. Nun, dann sage es doch, meinte Jerry Talk mit spöttischem Tone. In Wirklichkeit musste er sich zusammennehmen, dass ihn nicht das Grauen vor der tödlichen Sicherheit, mit welcher diese gehäutigen Schufte von seiner Erledigung sprachen, übermannte. Die Freude. Halt den Mund. Fuhr Hwang Wing dazwischen. Los, machen wir Schluss mit ihm, wir haben noch anderes zu tun. Also jetzt war es offenbar soweit, jetzt musste er handeln, ehe es zu spät war. Mit einer blitzschnellen Bewegung, die ihm keiner so bald nachmachte, hatte Jerry Talk seine Pistole herausgerissen und hielt die beiden in Schach. Los, ihr führt mich jetzt zum Ausgang und wehe, wenn einer von euch eine falsche Bewegung macht, ich knalle ihn unbedenklich nieder. Und ruft niemanden zur Hilfe, ihr seid die Ersten, auf die ich abdrücke, trottet er. Aber die beiden grinste nur unverschämt und obwohl sie folgsam die Hände gehoben hatten, fühlte sich Jerry Talk instinktiv noch immer nicht Herr der Situation. Zum Teufel, da steckte doch irgendwo eine satanische Hinterlist. Noch während er dies dachte, spürte Jerry Talk plötzlich den Boden unter sich bewegen. Er wollte noch feuern, tat es auch, aber während er unheimlich schnell in die Tiefe fiel, krachten die Schüsse ergebnislos ins Leere. Jerry Talk hatte sich unwillkürlich zusammengerollt und federte mit allen Muskeln den schweren Stoß des Aufpralls ab. Besonders für das Genick konnten solche Stürze bösenden. Ein kleiner Wirbelkörper brauchte nur zu brechen und man konnte dem Toten dann das Gesicht verkehrt drehen. Eine Sekunde lang war Jerry Talk ganz benommen. Das höhnische Gelächter der Schurken trennte aufpeitschend in seinen Ohren. Jerry Talk blickte zur Öffnung hinauf, durch die er gestürzt war. Noch lag er auf der heimtückischen Falltüre und von oben fiel ein Materlichtstreif herab. Jerry Talk maß die Entfernung. Sie mochte gegen sechs Meter betragen, schätze er. Hinauf zu klettern war ausgeschlossen, da die Wände, die außerdem recht glatt waren, weit von dieser Öffnung abstanden, die inmitten des Zimmers und daher auch inmitten des Plafonds dieses Kellergewölbes sich befand. Nachdem es kurz still gewesen war, vernahm Jerry Talk jetzt wieder einen Laut. Die hässliche Fratze Huang Wings erschien ober ihm. Schnell hob Jerry Talk die Pistole, die er noch in der Hand hielt, und schoß. Aber die Entfernung und Schussstellung bei dieser ungewissen Beleuchtung erschwerten das Zielen. Haha, gute Fahrt gehabt! Gräuelte der Chinese. Und jetzt vernahm Jerry Talk den anderen. Achtung, geh weg! Was kam da für eine neuerliche Teufelei? Im selben Augenblick kam etwas durch die Öffnung geflogen, was aussah wie ein Blumentopf. Verflucht noch einmal. Jerry Talk kannte diese ekelhaften Dinge nur zu gut. Das waren seine letzten Worte gewesen. Der Stinktopf zerbrach unweit von ihm mit einem dumpfen Knall und er russ sich in einer fürchterlichen, atemberaubenden Welle über ihn. Noch versuchte Jerry Talk durch Atemanhalten der drohenden Ohnmacht zu entgehen. Aber dann musste er doch wieder den Mund aufmachen. Mit einem erstickten Nächzen sank er nach rückwärts und rollte dann bewusst los zur Seite. Fünfte Und glauben Sie, dass Ihr Freund uns bereits in Shanghai erwartet? Harry Heistings fand nicht zugleich eine Antwort. Geistesabwesend hatte er nur diese seltsame reizvolle Chinesin angestellt und kaum ihre Frage erfasst. Erst jetzt, da ihn lienz in leise lächelnd und mit einem kaum sichtbaren Kräuseln der Lippen, das ein bisschen spöttisch schien, stumm ansah, erwachte Harry aus seiner abwesenden Versunkenheit. Hastig schüttelte er diesen Zauber, den Lienzin auf ihn ausübte, von sich. Ich bin überzeugt, dass Jerry Talk bereits in Shanghai ist oder zumindest viel früher, als wir selbst dort anlangen. Vielleicht hat er bereits ihren Vater gefunden und befreit, versuchte er Lienzin zu trösten, die bei seinen Worten sehr traurig drein gesehen hatte. Glauben Sie wirklich? Ein freudiger Hoffnungsschimmer glitt über das ebenmäßige Gesicht der Chinesin. Ganz bestimmt, nickte Harry Heistings und griff unwillkürlich nach ihrer Hand, die sie wie immer in den weiten, seidenen Ärmeln ihres Kimonos verborgen hatte. Aber sie schreckte vor seiner Berührung zurück. Jerry Talk hat gewiss schon etwas unternommen, wenn wir in Shanghai eintreffen, falls er nicht den Fall überhaupt schon vollkommen gelöst hat, versicherte ihr Harry. Warum sie nur so dicke Schminke aufträgt? Dachte er ein wenig verstimmt bei sich. Es machte sie noch pikanter, das stimmte. Aber sie hatte das doch nicht notwendig bei ihrer Schönheit. So wirkte sie wie ein Ölgemälde, dem man zu nahe steht und bei dem die dicken Farbkleckse stören. Viel lieber hätte er sie immer aus einigen Schritten Entfernung betrachtet, da verfloß alles zu dieser einzigartigen Lienzin. Aber Harry fiel es verdammt schwer, diese paar Meter zwischen sich und sie zu schieben. Eine undefinierbare Gewalt trieb ihn zu ihr. Am liebsten hätte er das arme Ding, das ihm täglich seine Angst um den Vater in hilflosen Worten sagte, an sein Herz gedrückt und getröstet. Ja, er hatte sich Knall und Fall in Lienzin verliebt. Mit einem Mal war es Harry Heistings klar geworden. Aber so oft er auch versuchte ihn näher zu kommen, stets wich sie ihm geschickt aus. Aber jetzt sollte sie ihm nicht wieder so einfach entwischen. Lienzin war, als sie von ihrem Vater gesprochen hatten, mit einem wehmütigen Zucken um den Mund an die Reling getreten und blickte sehnsüchtig nach Osten, nach China. Der Juan Macho durchschnitt mit großer Fahrt voraus das blau-grüne Wasser. Sie hatten vor zwei Stunden den Hafen Aden verlassen und befanden sich im Golf von Aden. Das Land war verschwunden und nur kleine Schwärme von Möwen, die schreiend knapp über das Deck strichen, zeigten noch seine Nähe an. Harry Heistings war hinter Lienzin getreten und legte seinen Arm leicht um ihre Schulter. Aber mit einer blitzartigen Bewegung, geschmeidig wie eine Katze, war sie unter diesem weggeglitten. Ein leises, wie entschuldigendes Lächeln huschte über ihr Gesicht. Ob sie schon einmal einen Mann so ganz gehört hatte, dass sie von einem anderen nicht einmal eine leichte Berührung hinnehmen kann? Fragte sich Harry still bei sich. Schon war er nahe daran, Lienzin diese Frage auch laut zu stellen. Im selben Augenblick kam jedoch ein Steward und brachte Harry Heistings eine Depesche. Schnell griff dieser, nach einer kurzen Entschuldigung zu Lienzin hin, danach. Der Kabel kam aus Shanghai und war von Jerry Talk abgesandt. Harry Heistings las gespannt, dann hielt es Lienzin mit den Worten hin. Ich habe recht vermutet, mein Freund befindet sich bereits in Shanghai. Lesen Sie selbst. Hastig erfasste die Chinesin das Papier. Bin im Europa, abgestiegen. Sende dir von nun laufend Mitteilung über mein Tunzwecks Rückendeckung. Stopp. Gehe heute noch zu Bing Hun. Inne Schuhgasse 7. Stopp. Gruß Jerry. Einen Augenblick zuckte ein freudiges Leuchten über ihr Gesicht. Unwillkürlich vermeinte Harry Heistings etwas Hohnvolles darin zu bemerken, aber das mochte wohl nur Täuschung sein. Aus dem Lächeln einer Asiatin wurde man ja doch nie so recht klug. Sie freute sich eben, dass Jerry Talk, auf den sie ja alle Hoffnung gesetzt hatte, sich bereits mit diesem Falle beschäftigte. Nun, lehnt es ihn, lächelte Harry Heistings. Jetzt brauchen sie sich nicht mehr zu sorgen. Wenn überhaupt eine Macht der Welt, so ist es nur mein Freund Jerry Talk, der ihnen ihren Vater wiedergeben kann. Da neigte sie dankbar ihr Haupt. Eine tiefe Verbeugung und sie eilte lautlos hinweg, von dem bewundernden Blick Harry Heistings gefolgt. Der Teufel sollte die Weibe holen. Wütend biss sich Harry Heistings in die Lippen. Dann gab er dem Kuli ein Zeichen, die Rikscha wieder einige Meter weiter zu ziehen, um im Schatten der Bäume zu bleiben, die hier in diesem vornehmen Wohnbezirk der Weißen die Straße säumten. Viermal hatte er dem mit gleichgültiger Miene am Rand steilen hockenden Kuli dieses Zeichen schon gegeben. Drei Stunden lang war Lienzin nun schon in der eleganten Villa verschwunden und nicht mehr herausgekommen. Hatte sie ihn vielleicht bemerkt und deshalb einen anderen, einen Seitenausgang oder eine hintere Tür benutzt. Verdammt! Leise fluchte Harry durch die zusammengebissenen Zähne. Dann überlegte er. So konnte das nicht weitergehen. Da war der Teufel los. Außerdem einen Telegramm hatte er von Jerry kein Lebenszeichen mehr erhalten. Dieses Biest, Lienzin, hatte ihn die ganze Fahrt an der Nase herumgeführt und war sofort nach der Landung spurlos verschwunden. Wäre ihm dieser glückliche Zufall nicht zur Hilfe gekommen, er hätte sie in dieser Millionenstadt nie wieder getroffen. Eine Familie Lienzin hatte man auf der Polizei nicht gekannt, aber achselzuckend angedeutet, dass es sehr wohl eine solche geben konnte. Hier war es mit den Anmeldungen nicht so genau. In diesem Reich der 300 Millionen konnte leichter eine oder andere spurlos verschwinden, insbesondere aber in einer Hafenstadt wie Shanghai, da täglich ungezählte Leichen ohne Totenzettel durch die Kanäle trieben. Ja, durch Zufall hatte er sie entdeckt und jetzt war sie gewiss wieder zum Teufel. Hier, wer wohnt in dieser Villa? rief er den dösenden Kuli, der ihn gezogen hatte, an. Mr. Collins, Herr, grinste dieser mit blitzenden weißen Zähnen zur Antwort. Mr. Collins, knurrte Harry Heistings. Und dann bekam er über sich selbst bald einen Wutanfall. Da war diese Kanäle natürlich die Geliebte dieses Collins und er war solch ein Trottel, sich in sie zu verknallen und nun schon stundenlang wie ein dummer Junge hier auf sie zu warten. Um seinen Freund hatte er sich die ganze Zeit noch nicht gekümmert. Schluss damit? In seinen Gedanken hatte er laut gesagt. Verwundert blickte der Kuli zu ihm auf. Als er aber merkte, dass der Weiße mit sich selbst zu reden liebte, ließ er wieder gleichmütig seinen Kopf zwischen den Knien verschwinden. Doch hier weckte ihn der scharfe Befehl Harry Heistings nun aus seiner neu eingenommenen Ruhestellung. Los, fahre mich sofort zu Bing-Hun in die Innischu-Gasse 7. Erst jetzt, da sich Harry Heistings mit Gewalt aus dieser verliebten, sinnverwirrenden Stimmung befreit hatte, vermochte er kühl und logisch zu überlegen. Mit dieser Überlegung kam ihm mit einem Male zum Bewusstsein, dass er den Freund zwei Tage lang glatt im Stich gelassen hatte. Er war gewohnt, dass Jerry Talk niemanden benötigte, um sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Zumeist kam er zu spät, wenn man ihm beistehen wollte. Aber zum Teufel, diesmal schien es verdammt ernst zu sein. Insgesamt waren seit seinem Telegram bereits sieben Tage verstrichen. Ins Hotel war Jerry nicht mehr zurückgekehrt. Seine letzte Spur wies auf diesen Bing-Hun hin. Eben als Harry Heistings an diesem Punkt angelangt war, hielten sie vor einem einstöckigen Haus in der Altstadt Schanghais. Der Kuli war wortlos stehen geblieben und wartete auf eine weitere Weisung des Weißen. »Du wartest, bis ich wieder herauskomme«, rief ihm Harry Heistings zu und betätigte dann den uns schon bekannten Türklopfer des Drachenkopfes an der Haustür. Nach kurzer Zeit wurde er eingelassen. Der Kuli hatte sich bereits wieder auf die Stange einer Rikscha gehockt und dürste vor sich hin. Rikscha-Kules kennen keine Zeitrechnung. So wusste auch dieser nicht, wie lange er so gesessen hatte, als ein alter Chinese mit zahnlosem Mund zu ihm hingeschlürft kam und, nachdem er ihn entlohnt hatte, sagte, »Du brauchst nicht mehr zu warten, der Weiße Herr bleibt hier.« Sechste. Verwundert schlug Harry Heistings die Augen auf. Seine erste Geste war ein tastender Griff zum Kopfe. »Verdammt, der brummt!« krächzte er leise und wollte sich erheben. Stockdunkel war es hier. Im selben Augenblick vernahm er ein nur zu bekannt klingendes Gelächter. »Nun, lieber Harry, auf deinen Besuch habe ich ja schon reichlich lange gewartet.« »Himmel, Jerry!« »Mit einem Schlag war jetzt Harry wieder ganz bei sich.« »Ja, Jerry«, tönte es heiter aus der Finsternis, die sie beide eingehüllt hielt. »Das hast du ja reichlich geschickt gemacht, lieber Freund«, sportete Jerry gutmütig. »Ich habe schon die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass du mir wie ein Wickelkind in den Schoß fallen würdest. Natürlich hast du dir aber lieber eine härtere Stelle ausgesucht. Na, was macht der Kopf, ist er noch ganz?« erkundigte er sich dann teilnahmsvoll. »Ganz schon, nämlich ganz ordentlich verbeult«, stöhnte Harry. »Aber sag, wie lange benutzt du schon dieses komfortable Quartier?« »Nicht so einfach zu sagen«, erklärte Jerry Talk in leichtem Plauderton, als sessen sie bei einer Schale Mokka gemütlich in einem Kaffee. »Wenn mir die Uhr nicht kaputt gegangen wäre bei meinem Sturz, dann könnte ich es dir vorrechnen. So aber kann ich nur mein Gefühl zu Rate ziehen. Sechs oder sieben Tage mag es wohl sein. Gefällt es dir denn so gut da?« »Jetzt war Harry wieder so weit her seiner Sinne, dass er zu ihrem üblichen heiteren Ton zurückfinden konnte, mit dem sie bisher alle Situationen gemeistert hatten.« »Ja, weißt du, hier ist es kühler als im Hotel«, erklärte Jerry Talk humorvoll. »Fui! Was war denn das?« schrie Harry unterdrückt auf. Etwas Nasses war ihm über die Finger gehuscht. Ratten und Mäuslein teilte ihm Jerry mit. »Da wäre ich an deiner Stelle doch lieber im Europa geblieben«, meinte darauf Harry. »Mein Gott, dort beißen einen ja die Wanzen fast zu Tote.« »Und wie lange gedenkst du deinen Aufenthalt hier auszudehnen?« forschte Harry Heistings voll ernst, als hinge es von ihrem Ermessen ab. »Wie spät haben wir jetzt?« lautete die Gegenfrage Jerry Talks. Harry blickte auf das Leuchtzifferblatt seiner Uhr. »Sieben, aber weshalb?« »Weil wir erst die Dunkelheit abwarten wollen.« »Weißt du schon einen Weg?« forschte Harry hoffnungsvoll. »Allerdings.« »Warum bist du denn da nicht schon längst von hier verschwunden?« »Weil ich doch auf dich warten musste, mein Sönnchen.« »Jetzt höre mit den dummen Spaßen auf«, grollte Harry, dem nicht sonderlich dazu zumute war. »Ich möchte gern wissen, wie ich daran bin.« »Das will ich dir gern berichten.« »Aber vorerst gib mir etwas zu rauchen, mir sind Tabak und Zigaretten längst ausgegangen. Und dann erzähle, was du inzwischen getrieben hast und was du mir über das schöne Fräulein Lienzin zu berichten weißt.« Harry kamte seine Zigarettenschachtel hervor und nachdem sie sich beide eine Rokao in den Mund gesteckt hatten, erzählte er Jerry, was er wusste. »Und da warst du also heute hinter der hübschen Chinesin her?« lachte Jerry, »leider umsonst, wie ich höre.« »Solch eine Bestie«, brummte Harry verbost. »Man soll die Weiber keines Blickes würdigen«, stellte er dann wütend fest. »Aber nun berichte von dir.« Jerry Talk machte Harry mit dem Geschehen bekannt, dass uns nichts Neues mehr ist. Dann aber berichtete er weiter. »Als ich mich von diesem abscheulichen Gestank so weit erholt hatte, machte ich mich schön langsam dafür bereit, dass mir die Schurken nun das Lebenslicht ausblasen würden. Aber ganz gegen ihre bestimmt ernst gemeinte Drohung teilte man mir mit, dass mich der Chef der Bande noch lebend zu sprechen wünsche. Also eine Geigenfrist sozusagen«, lachte Jerry Talk unterdrückt. Dann fuhr er fort. Dieser Gangsterhäuptling jedoch muss wohl sehr in Anspruch genommen sein, denn bis heute ist er nicht erschienen. Aber für diese Nacht hat er sich angemeldet. »Was, wieso?« fuhr Harry auf. »Wann hast du das erfahren?« »Nachdem du so unbeherrscht neben mir landest, rief mir einer der Burschen diese Botschaft zu, da das Loch eben offen war. Dieses ist nämlich der einzige Zugang in dieses Gewölbe. Und da warten wir, bis er kommt.« »Ich denke ja gar nicht daran«, grinste Jerry Talk. »Denn in diesem Falle schmeißen sie uns wieder einen Stinktopf herunter und haben mit uns leichteres Spiel als mit gefangenen Mäusen in einer Schachtel. Wie willst du aber von hier entweichen, wenn nur diese einzige Öffnung hier herunterführt?« fragte Harry skeptisch. »Komm mit mir!« Jerry Talk erfasste die Hand des Freundes und zog diesen mit sich fort. Stolpernd folgte ihm Harry. An einer glitschig-nassen, feucht-kalten Wand hielt Jerry Talk. »Ich habe dir doch vorhin erzählt, dass mir die Schurken die trostreiche Mitteilung machten, dass die Haie meinen toten Kadaver fressen würden. Das hat also nach Adam Riese, das kann man sich sozusagen an den Fingern abzählen, mit Wasser zu tun.« »Ist anzunehmen«, bejahte Harry kopfnickend. »Nun habe ich mich gefragt, ob diese Bande sich wohl immer die beschwerliche Arbeit macht, ihre Opfer per Auto oder Möbeltransport an den Hafen zu fahren. Erstens ist ja klar, dass solche Fälle bei ihnen öfter eintreten, dass sie jemanden zu beseitigen haben. Zweitens sind solche Leichenabtransporte, wie gesagt, beschwerlich und kompliziert. Drittens aber sagte ich mir, sei es für sie am günstigsten, die Toten einfach in einen Kanal zu werfen. Das Wasser besorgt diesen Transport dann kostenlos und unauffällig. Ja, aber... Nun, lieber Harry, da liegt doch die Kombination nahe, dass sie einfach die von ihrem teuflischen Gestank ohnmächtigen kurzerhand erdolchen oder sonst wie lautlos erledigen. Diesen aber nicht erst wieder in das Zimmer über uns aufziehen, sondern hier in einen Kanal werfen. Weit kann ja ein solcher nicht sein, da wir ja tief unter der Erde liegen. Harry lauschte gespannt den Ausführungen seines Freundes und unterbrach ihn nun kein einziges Mal mehr. Jetzt griff Jerry Talk wieder tastend nach der Hand Harrys und führte diese auf etwas Kaltes. Es war eine etwa fingerdicke Eisenkette, und als Harry nun selbst weiter fühlte, tastete er ein derbis, großes Schloss. Jerry Talk erklärte ihm nun, Und das hier ist der Kanalschacht. Drei Tage habe ich mit meiner kleinen Eisenpfeile an der mörderisch dicken Kette gearbeitet, bis sie durch war. Du siehst wieder einmal, wie unbezahlbar unser kleines Besteck ist. Harry Heistings atmete erleichtert auf. Also dann los! Schon wollte er nach der schweren Platte greifen, die noch hindernd im Wege war. Wie spät haben wir? Jerry Talk wollte sich vergewissern, da sie nicht noch bei Tageslicht irgendwo aus dem Kanal hervorstiegen, das hätte ihnen vielleicht Schwierigkeiten bereitet, und jetzt hieß es schlagartig zu greifen, da es die Bande nicht im letzten Augenblick noch entkam. Eine Stunde noch warteten sie. Dann schoben Jerry und Harry mit gemeinsamen Kräften die Eisenplatte zur Seite. Ein tiefes Loch gähnte ihnen entgegen, als jetzt Jerry seine kleine Taschenlampe kurz aufleuchten ließ. Von fern vernahmen sie Wasserrauschen. Jerry ließ sich als erster in den Schacht gleiten. Nach etwa zehn Schritten, die sie sich in dem Gang, der steil nach abwärts führte, weiter getastet hatten, stießen sie auf einen breiten Kehrgang. Von hier kam das Rauschen, welches sie vernommen hatten. Das war der eigentliche Kanal. Jerry Talk ließ wieder die Lampe aufblitzen und wies auf den Boden, der dunkle Stellen aufzeigte. Das sind die Blutspuren der Opfer, die sie heruntergeschleift haben. Harry nickte und dachte schaudernd, da es nicht viel gefehlt hätte und sie wären diesen Weg auf andere Weise gegangen als jetzt. Jerry Talk ging mit entsicherter Pistole und brennender Lampe voraus. Sie warteten bis über die Knie, manchmal auch bis zur Brust in faulig stinkendem Wasser. Von der Decke des Ganges tropfte kaltes Wasser auf sie herab und ab und zu stiegen sie auf leise quietschende Ratten. Nach einem halbstündigen Marsch fanden sie einen Schacht, der an die Oberfläche zu führen schien. Sie klommen die eisernen Leitersbossen hinauf und waren frei. Ohne sich aufzuhalten winkte Jerry Talk sofort ein Rikscha heran. Der Kuli blickte zwar erwundert und abwöhnisch auf sie, denen das schmutzige Wasser noch in Strömen aus der Kleidung floss. Neugierig sah Harry Heistings auf Jerry Talk, als dieser dem Kuli befahl, anstatt ins Hotel zu der Villa Mr. Collings zu fahren, nach deren Adresse er ihn befragt hatte. Was willst du denn jetzt bei Mr. Collings? Abwarten, lächelte Jerry Talk bloß und steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen. Dafür triebte den Kuli zu immer größerer Eile an. Schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit hielten sie vor der Villa des Amerikaners. Jerry Talk sprang aus der Rikscha und eilte, von Harry Heistings gefolgt, dem Gebäude zu. Er läutete nicht, sondern öffnete mit seinem kleinen Universal Dietrich die Haustür. Auf sein Zeichen streiften sie beide die Schuhe von den Füßen und schlichen lautlos in das Vorzimmer. Kein Laut war vernehmbar. Aber es hatte ein Licht gebrannt, das hatten sie von außen gesehen, also musste jemand anwesend sein. Und jetzt hörten sie auch jemanden sprechen. Die Stimme kam aus einem der weiter hinten gelegenen Zimmer. Jerry Talk hatte die Pistole in der Hand. Noch wusste Harry Heistings nicht, was das sonderbare Verhalten Gerys bedeuten sollte. Es war einer jener Momente, in denen er wortlos das tat, was ihm dieser hieß. Nachher stellte es sich stets heraus, dass Jerry Talk richtig gehandelt hatte. Aber heute war Harry skeptisch wie nie. Er wollte leise etwas fragen, aber Jerry machte ihm unwirsch ein Zeichen, den Mund zu halten. Jetzt waren sie lautlos vor der Tür stehen geblieben, hinter der sie Stimmen hörten. Ein zweiter hatte nun zu sprechen begonnen. Harry Heistings blickte erstaunt auf. Diese Stimme kannte er doch. Auch Jerry Talk hatte sie sofort erkannt. Das war zweifellos Huang Wing, sein Reisegenosse im Flugzeug. Die Tür war nur angelehnt. Jerry drückte sie vorsichtig ein wenig weiter auf, sodass ein Spalt frei wurde, durch den sie hineinspähen konnten. Huang Wing saß rauchend in einem Forteuil einem ihnen Fremden gegenüber. Dieser war ein Weißer. Es musste wohl der Besitzer der Villa, dieser Mr. Collings, sein. Jerry Talk ließ ihn nicht aus den Augen. Der Amerikaner war auffallend schlank und klein, kleiner als der Chinese. Dies wurde nun umso augenscheinlicher, da sich beide im selben Augenblick erhoben. Ihr Gespräch schien immer erregter zu werden. Eben hörten Talk und Harry Heistings den Amerikaner sprechen. Und ich sage dir nochmals, dass wir diese Talk erst erledigen, nachdem wir die letzte Ladung hinübergebracht haben. Das ist heller Wahnsinn und... Es geht nicht anders, beharrte Collings auf seinem Standpunkt. Verdammt, diese Stimme kenne ich doch von wo? Flüsterte Harry fast lautlos. Sie haben uns in Lissabon zwei der besten Leute geschnappt und das ganze Trocadero ist aufgeflogen. Collings stampfte wütend mit dem Fuß auf. Wer sagt dir denn, dass wir diesmal nicht selbst erwischt werden? Und dieses eine Mal müssen wir das Opium noch auf jeden Fall hinüberbringen. Wir haben schon viel zu viel Geld in das Geschäft gesteckt. Jetzt hatte sich Huang Wing etwas beruhigt. Du willst ihn also als Sicherheit, dass wir uns notfalls gegen die beiden freikaufen können, wenn wir diesmal auflegen? Natürlich, bejahte der Amerikaner. Die wissen ganz gut, was sie an diesem Jerry Talk haben. Und wie stellst du dir den Austausch praktisch vor? Fragte der Chineser höhnisch. Bing Hun bleibt wieder hier und macht es, falls es notwendig wird. Er ist geschickt genug dazu. Und wenn es nicht notwendig wird? Dann bin ich selbst persönlich dabei, wenn wir die beiden Schnüffler umlegen. Die metallen singende Stimme klang hart und doch hatte sie etwas Frauenhaftes an sich. Hände hoch! Jerry Talk war mit einigen schnellen Sprüngen neben den beiden. Collings war blas geworden, doch dann fuhr seine Rechte blitzartig nach unten und schon hielt er seine Pistole schußbereit. Da krachte die Jerry Talks scharf und schnell zweimal hintereinander. Collings daumelte zurück und griff sich stünnend an den getroffenen Arm, der ihm kraftlos herabbommelte. Harry Heistings war Jerry gefolgt. Gerade als dieser Collings erledigte, zückte Huang Wing einen Dolch. Im letzten Augenblick warf sich Harry dazwischen und streckte den Gelben mit einem einzigen harten Schlag vor das Kinn zu borden. Nun, mein schönes Kind, das hättest du dir nicht erträumt. Harry blickte auf Jerry. Was sollte dessen Komisches reden? Dann sei auf Collings. Dieser biss sich auf die Lippen und stand nun unbeweglich vor ihnen. Wie sollen wir dich nun einliefern, Collings? fragte Jerry Talk. Als Mr. Collings oder Fräulein Lienzinn? Du darfst es dir sogar aussuchen. Collings knirschte hörbar mit den Zähnen. Würde ihn Geriesspistole nicht in Schach gehalten haben, so hätte er sich gewillt mit seiner unverletzten Hand noch auf diesen gestürzt. Da hast dich der Teufel holt. Der holt er dich, lachte Jerry, verlas dich darauf. Dann befahl er Harry, die beiden zu binden. Nachdem dies geschehen war, hob Jerry Talk den Hörer des Telefons und wählte die Nummer der Kriminalpolizei. Dr. Wang Hu war der Erste, der das Zimmer, von einem ganzen Beamtenstab gefolgt, betrat. Nur mit Mühe vermochte er seine Überraschung über die Anwesenheit Jerry Talks und die Situation, die er hier in der Villa eines bekannten Amerikaners vorfand, zu verbergen. Setzen Sie sich, meine Herren, ich will Ihnen gern Bericht erstatten, lächelte Jerry Talk. Collings und Wang Wing mussten zwischen ihnen Platz nehmen. Einige Beamte kamen jetzt mit Bing Hun an, den sie auf die telefonische Weisung Jerry Talks in seinem Hause verhaftet hatten. Jerry Talk rauchte mit genussvollen Zügen eine Chokau. Erst als alle gespannt beisammensassen, begann er den Verlauf dieses Falles schnell und in großen Zügen zu berichten. Aber wie erwartet, wollten die Beamten, vor allem aber Dr. Wang Hu, Einzelheiten hören. Auch dem Gesicht Harries war es anzumerken, dass ihm gewisse Feinheiten der Kombination Jerry Talks noch zum ganzen Begreifen fehlten. So ging nun Jerry Talk auf diese ein. Du hast ja damals ganz richtig kombiniert, als du vermutet hast, dass uns die Bande auf den Juan Macho locken wollte. Sie haben von irgendwoher erfahren, dass uns Dr. Wang Hu einlud, an der Lösung dieses Falles mitzuarbeiten. Woher hätten sie uns unauffälliger verschwinden lassen können als auf dem Schiff, dessen ganze Besatzung im Dienst der Bande steht? Allerdings haben sie sich da verrechnet, denn in kluger Voraussicht habe ich nur dich, lieber Harry, mitgeschickt. Das war vollkommen ungefährlich, da sie wussten, dass ich dich in Shanghai erwartete und natürlich sofort dieses liebliche Fräulein Lienzin. Er blickte spöttisch auf Collings, der ein wütendes Gesicht zog, und überhaupt das ganze Schiff zur Verantwortung ziehen würde, falls du nicht wohlbehalten hier an Land steigen würdest. Ich deckte bereits am selben Nachmittag, da das Schiff Lissabon verlassen sollte, den Opiumschmuggel und Verbrauch sort dort auf. Das Trokaderow war eine richtige Opiumhöhle. Die Kriminalpolizei entdeckte eine Tapetentür, welche in Räume führte, in denen das Rauschgift nur ein Geweihten der Bruderschaft, wie sich das vorbildliche Unternehmen nannte, verabreicht wurde. Außerdem gelang es der Polizei, zwei der Bande, die das Geld, Rechnungen über das mit dem Trokaderow, getätigte Geschäft und eine kleine Menge Opium mit sich führten, als sie das Schiff betreten wollten, zu verhaften. Als ich dann mit dem Flugzeug vorausflog, hatte ich das Glück und zugleich das Unglück, an Huang Wing zu geraten, der in Alexandrien auf Weisung Collings den Juan Macho, verließ, um die Bande von meiner Ankunft zu unterrichten. Ich fiel ihm dann allerdings herein und lief in eine ganz klug gestellte Pfeile. Man wollte mich zwar zuerst sofort erledigen, aber Mr. Collings war so freundlich, ein Telegramm vom Juan Macho, an Huang Wing oder Bing Hun zu übermitteln, dass man mich nicht töten dürfe, da man mich eventuell noch als Geisel oder Austauschobjekt gebrauchen würde. Jerry Talk wandte sich lächelnd an Collings. Stimmt meine Vermutung, Mr. Collings? Der Teufel soll mich holen, dass ich dieses Telegramm abgesandt habe, fluchte dieser grimmig. Sie sehen, meine Herren, dass ich auch diesbezüglich richtig kombiniert habe. Wie kamst du aber nur auf die absurde Idee, dass Collings mit Lienzin identisch und dass dieser der Anführer der Bande war? Forschte Harry Heistings gespannt. Das war an sich nicht so schwer, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag. Die rührselige Geschichte, die uns Lienzin im Trokaderow, auftischte, war für mich gleich vom Anfang an unglaublich. Dazu kam die Art, wie sie sich im Trokaderow, benahm. Dass auf einer Europareise sich befindliche Fräulein Lienzin machte den Eindruck, als sei sie im Trokaderow, zu Hause. Auch zwischen dem chinesischen Kellner und ihr schien ein stilles Einvernehmen zu herrschen. Ich nahm mir vor, diesen besonders unter die Lupe zu nehmen. Doch dann stellte sich heraus, dass dieser chinesische Kellner im Trokaderow, überhaupt nicht existierte. Er stammte vom Schiff und gehörte ebenfalls zur Bande. Dann waren so Kleinigkeiten, die unser lieber Collings, so gut seine Maske auch war, übersah. So hat er zum Beispiel im Trokaderow, zuerst nach der Zigarette gegriffen, die ich ihm bot. Dann jedoch erklärte er schnell, dass er nicht rauche. Zu seinem Unglück aber wiesen seine Finger die typischen Nikotinflecken auf. Vorsichtigerweise versteckte er allerdings seine Hände stets in den weiten Ärmeln seines Kimonos. Um diese nochmals genauer zu sehen, bot ich Collings, alias Lienzin, meine Schachtel mit Kaugummi. Abgesehen davon, dass ich dadurch seine Hände noch einmal sah, verwunderte mich sehr, dass das chinesische Mädchen überhaupt wusste, was in der Schachtel war. Noch mehr aber, dass sie den Kaugummi nahm. Ein weiterer Fehler unterlief Collings, der war jedoch nicht abzuändern. So zierlich er auch sonst gebaut ist, er hat Männerfüße. Sie wissen aber zu gut meine Herren, Jerry wandte sich dabei an die chinesischen Beamten, wie klein und verkrüppelt die Füße ihrer verehrten Landsmänninnen sind. Wie kamst du aber nur auf Collings, du hast ihn doch weder gekannt noch gesehen? Das war das, worüber sich Harry Hastings noch am meisten verwunderte. Durch dich und deine Verliebtheit, lieber Harry, lächelte Jerry Talk. Letzteres hat er leiser gesagt, trotzdem war Harry ein wenig rot geworden dabei. Du berichtetest mir, Lienzin, wo die Freundin dieses Mr. Collings, da sie nicht mehr aus seiner Villa herauskam, obwohl du so sehnsüchtig stundenlang gewartet hast. Ich kombinierte anders. Dann vernahmen wir das Gespräch und griffen zu. Wenn aber noch ein Zweifel gewesen wäre, ob Collings tatsächlich Lienzin, und umgekehrt, gewesen ist, so fand ich dieses Rätsel dann in dieser kleinen Narbe gelöst. Jerry Talk packte die rechte Hand Collings und zog diese näher zum Licht hin, obwohl sich der Gangster-Chef unwillig währte. Aber er hatte im angeschossenen Arm zu wenig Kraft, diesen zurückzuziehen. Jerry Talk aber schloss. Denn diese Narbe sah ich im Trokaderow, bei Lienzin und dann heute wieder bei Mr. Collings. Ende